In diesem Video werde ich euch mal einen komplett neuen und mega einfachen Fortnite Chapter 3 XP Glitch zeigen. Ich nehme das ganze Video gerade genau am 6.1.2022 auf und wenn ihr das ganze Video heute seht, dann wird das ganze bei euch auf jeden Fall auch noch funktionieren. Bevor wir mit dem Video anfangen, lasst auf jeden Fall gerne jetzt schon mal ein Like da und falls ihr weitere XP Glitches sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, denn ich lade hier auf diesem Kanal täglich die neuesten XP Glitches hoch und falls ihr keine verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und außerdem, falls ihr Freunde habt, die auch Fortnite spielen und die auch XP brauchen, teilt das Video auch gerne an eure Freunde. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch, denn ich verlose zur Zeit als Gewinnspieler auf diesem Kanal hier noch 5x 5000 V-Bucks in Fortnite und falls ihr einmal 5000 V-Bucks gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren und dazu die Glocke aktivieren. Wenn ihr das ganze gemacht habt, müsst ihr noch einmal diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One, PC oder Epic Games Namen. Wenn ihr das ganze gemacht habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil, das Gewinnspiel wird genau am 1.2.2022 aufgelöst, bis dahin habt ihr auch Zeit teilzunehmen, jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. So, was ihr zuerst mal macht, ist eigentlich ganz einfach, zuerst einmal startet ihr genauso, wie ich das im Hintergrund auch mache, einmal den Kreativmodus und sobald ihr den Kreativmodus gestartet habt, müsst ihr jetzt hier einmal den gleichen Mapcode eingeben, den ich euch jetzt einmal zeigen werde, wichtig ist wirklich, dass ihr das ganze aus dem Kreativmodus macht und den ich direkt eingebe, jetzt geht ihr einmal zu so einem Terminal einfach hin und gebt einmal genau den gleichen Inselcode ein, den ihr hier gerade im Hintergrund seht. Wenn ihr das ganze nicht richtig erkennen könnt oder falls irgendwas, ja, falls ihr irgendwas nicht versteht, dann haltet das Video einfach kurz an, dann könnt ihr das ganze nur ruhig in Ruhe abschreiben und sobald ihr diesen Inselcode jetzt hier eingegeben habt, geht ihr einfach einmal auf fertig und dann könnt ihr das ganze hier direkt auch schon starten. Jetzt müsst ihr eigentlich nur warten, bis ihr quasi in der Map gespawnt seid und sobald ihr in der Map gespawnt seid, könnt ihr direkt anfangen. Das ganze hier ist wirklich, ja, es ist nicht schwer, es ist eigentlich wirklich sogar ganz einfach, nur ihr müsst es wirklich genauso machen, wie ich es im Video zeige. Was ihr jetzt einmal macht, ihr drückt die Options-Taste und geht einfach direkt auf Spiel starten. Theoretisch könnt ihr auch die Zeit abwarten, aber lohnt sich einfach nicht. Was ihr jetzt macht, ihr lauft hier einmal runter und könnt jetzt hier euch direkt schon mal ein paar XP abholen, indem ihr einfach jeden Automat einmal durchklickt, dann bekommt ihr hier irgendwie 1000 XP. Keine Sorge, das ist aber nicht der eigentliche Glitch, sondern um mit dem Glitchen jetzt anzufangen, geht ihr einmal hier runter und dann sollte oben rechts in der Ecke jetzt so ein Secret XP-Ding sein. Da geht ihr einfach einmal hin auf Interagieren mit Viereck und sobald ihr das ganze gemacht habt, solltet ihr in so einem Raum spawren. Hier gibt es jetzt verschiedene Tresore und welchen Tresor ihr jetzt öffnet, ist ganz wichtig und zwar nehmt ihr da einmal den grünen. Bevor ihr den jetzt aber öffnet, geht ihr einmal hin und springt einmal hier auf den Tresor drauf. Dazu geht ihr einfach einmal hier hin, springt da drauf und springt dann hier auf den Tresor quasi drauf. Sobald ihr das ganze gemacht habt, müsst ihr jetzt hier auf die X springen, also jedes X ist eine unsichtbare Plattform. Ich werde das ganze jetzt ein bisschen beschleunigen, weil ich nicht so gut in Jump'n'Runs bin, aber wenn ihr das ganze geschafft habt, solltet ihr hier ganz oben sein und hier sollte jetzt ein Secret XP-Button sein. Den drückt ihr jetzt einfach mal und dann werdet ihr jetzt die ganze Zeit AFK XP bekommen. Keine Sorge, ihr bekommt jetzt hier nur relativ wenig XP, das ist noch nicht alles. Ihr werdet gleich noch viel mehr bekommen. Was ihr nämlich jetzt einmal macht, ihr geht jetzt nochmal zum grünen Tresor hin. Geht hier einmal ans Touchfeld und gebt einmal den gleichen Code ein wie ich, also einmal 3, dann einmal 2 und dann einmal 6, also 3, 2, 6. Und sobald ihr diese Zahlenkombination eingegeben habt, geht ihr einmal hier hin und aktiviert das ganze einfach, also Enter Code. Dann sollte sich das ganze hier öffnen, dann lauft ihr einmal rein, geht jetzt einmal links, also einmal links lang und dann sollte hier links am Boden so ein Feld sein, wo ihr auch mit interagieren könnt. Das macht ihr jetzt ganz einfach einmal, ihr lauft da hin, guckt einmal, wo ist das Feld, da sollte dann irgendwie, ja, ein Ausrufezeichen oder so sein. Da interagiert ihr einfach einmal mit, also in meinem Fall einfach einmal 4 drücken. Dann solltet ihr jetzt hier in so einem Gras spawnen und hier sucht ihr jetzt so ein Gartenzwerg. Also hier wird ein Gartenzwerg sein, hier seht ihr es. Und sobald ihr den gefunden habt, müsst ihr jetzt einmal gucken. Hier sollte nämlich jetzt noch ein Feld sein, mit dem ihr interagieren könnt. Und wenn ihr das fertig habt, dann seid ihr auch mit dem ganzen Glitch fertig. Ihr seht, hier ist das Ganze, hier interagiert ihr noch einmal mit. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, solltet ihr jetzt spawnen. Und jetzt bekommt ihr viel schneller XP, ihr seht, ihr bekommt jede paar Sekunden richtig viel XP. Falls ihr einen XP Cap habt und keine XP bekommt, dann geht mal auf den allerersten Link in der Videobeschreibung. Da habe ich euch ein Video verlinkt, wo euch einer gezeigt hat, wie ihr dieses XP Cap entfernen könnt. Dazu geht ihr einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung, bestätigt das Capture, geht auf kostenloser Zugang mit Werbung. Und müsst euch jetzt hier einmal zwei Werbungen angucken. Dazu geht ihr einfach einmal auf in Deck interessante Artikel, drückt oben rechts aufs X, wartet einmal. Und dann sollte da ein grüner Haken kommen. Dann geht ihr noch einmal auf ähnliche Themen und wartet da auch ein paar Sekunden, drückt dann oben rechts aufs X. Und dann sollten hier zwei grüne Haken sein. Dann geht ihr einfach weiter zu Fortnite Glitch. Und dann solltet ihr automatisch zu dem Video weitergeleitet werden, wo euch gezeigt wird, wie ihr dieses XP Cap entfernen könnt. Macht das auf jeden Fall, es lohnt sich, wenn ihr nur wenige XP bekommt, so wie ich. Normalerweise bekommt ihr nämlich hier 2.000, 3.000 die Sekunde. Deswegen, falls ihr da Hilfe braucht, allererster Link in der Videobeschreibung. Ich werde das Ganze jetzt hier noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.